Nochmal zur Einstimmung, also laut diversen Interviews wird es Licorice Pizza ausgesprochen. Ihr habt noch irgendwie was anderes gehört. Licorice Pizza. Licorice Pizza. Mein Google-Übersetzer stand noch auf Italienisch, deswegen stand da Licorice Pizza. Licorice Pizza. J. Hallo. Hallo. Ich möchte gern Filmfrühstücken. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute reden wir über den neuen Film von Paul Thomas Anderson, nämlich Licorice Pizza. Den durften wir uns Freitag schon mal hier in Köln in der Preview angucken und damit das nicht allzu langweilig ist, wenn ich da alleine drüber fasel, habe ich heute einmal den Sascha an meiner Seite. Grüß dich Sascha. Hallo. Und in unserer Podcast-Premiere heute den Leo und den Kenan. Grüß euch beide. Hallo. Hi. Ja, wir hatten das Vergnügen, dass wir uns letzten Freitag, wie gesagt, schon mal den neuen Paul Thomas Anderson-Film anschauen durften. Hatten sehr viel Spaß dabei, nicht nur, weil wir uns dann auch endlich mal im Real Life kennenlernen konnten und nicht nur über diverse WhatsApp-Kanäle und unsere Webseite, sondern weil auch der Film sehr angenehm war. So viel können wir ja schon mal verraten. Ich glaube, wer Paul Thomas Anderson-Film kennt und mag, der wird da wahrscheinlich auch wenig anderes erwarten. Aber trotzdem, wenn mal so meine erste Frage an euch, wenn ihr an Paul Thomas Anderson denkt, was machen denn seine Filme für euch aus und habt ihr da sogar so einen heimlichen Favoriten vielleicht? Kenan, wie sieht das bei dir aus? Bei Paul Thomas Anderson muss ich immer als erstes daran denken, dass seine Filme sehr lang sind, aber auch gleichzeitig immer Filme sind, die ich sehr, sehr gut genießen konnte. Gerade wenn man an Filme wie Magnolia denkt oder Der will be blood, die ich beide zu meinen großen Favoriten zählen würde. Und ich finde auch gerade, dass bei Paul Thomas Anderson-Filmen immer so eine schöne Melancholie immer mitschwingt, aber auch gleichzeitig immer so optimistischer Ausklang gegeben wird, wie es in einer Geschichte weitergehen kann oder wie die Message, diese eher negative Messages in Filmen positiv auch mitgenommen werden können. Ja, du hast ja auch schon ein paar Filme angesprochen. Leo, wenn du so an Paul Thomas Anderson denkst, war da jetzt auch schon ein Favorit dabei, den Kenan da genannt hat? Oder hast du da noch einen anderen Film, den du eher bevorzugen würdest? Ich repräsentiere ja hier mal die Kategorie der Leute, die noch keinen Paul Thomas Anderson-Film gesehen haben. Davor, das ist nämlich das Spannende. Paul Thomas Anderson war bei mir immer so ein Name, den kannte man und sowas. Und ich glaube, jeden Film hat man schon mal gehört irgendwie so, wenn man ein bisschen in dieser Film-Bubble ist. Aber es war für mich lange Zeit so ein bisschen unerreichbar, weil diese Filme sehr selten, finde ich, auch auf Streaming-Plattformen zu finden sind. Jetzt, Where Will Be Blood ist zum Beispiel da drauf, aber davor fand ich es immer sehr schwierig und dann fehlte manchmal das Geld und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt die Blu-ray davon. Und deswegen habe ich keinen davor gesehen, aber was mich immer an den Trailern und so ein bisschen, wenn man so Video-Essays anschaut, fand ich immer diese Farbgestaltung sehr spannend. Ich fand da natürlich auch immer, der Cast war irgendwie ziemlich cool und ich mochte immer dieses Storytelling, was einem so anscheinend erzählt wird. Ich erzähle ja hier immer vom anscheinend, weil ich ja keinen gesehen hatte. Aber das ist einfach diese Handlung, diese Konflikte, die da im Vordergrund standen, klang für mich eigentlich immer ziemlich spannend. Und dann so richtig aufmerksam wurde ich nochmal auf ihn dann durch der Seidene Faden, der dann 2018, glaube ich, ja rauskam in Deutschland, wo ich sagte, okay, du musst jetzt mal einen schauen, ob der funktioniert, streamt den nicht irgendjemand, aber ich hatte noch nicht die Zeit gehabt oder auch nicht die Muße und noch nicht die Mittel, aber jetzt habe ich ja einen gesehen. Genau, dein erstes Mal sozusagen. Genau. Hat es dich denn so weit angefixt, dass du da auf jeden Fall noch ein bisschen was nachholen möchtest? Auf jeden Fall. Also das ist für mich jetzt wirklich, dass ich sage, ich werde mir auf jeden Fall Verobly Blatt anschauen. Der interessiert mich. Was mich auch sehr interessiert, ist halt Magnolia, weil ich glaube, der zumindest von der Thematik der sein könnte, der mich am meisten catcht. Und ich finde auch The Master von der Prämisse ziemlich spannend. Und Philipp Simon Hoffmann ist generell ein toller Schauspieler. Und ich habe den das erste Mal, glaube ich, gesehen in Der Duft der Frauen mit Pacino. Und da spielte er eine ganz kleine Rolle, aber fand ihn damals schon ganz cool. Und jetzt einfach, ja, bin ich angefixt und will halt mehr Filme von Paul Thomas Anderson sehen. Ja, Philipp Simon Hoffmann ist auch schon ein gutes Stichwort, was wir mal für gleich noch im Hinterkopf behalten werden, wenn es um den Cast geht. Sascha, wie sieht denn deine Geschichte mit Paul Thomas Anderson bisher aus? Also ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen. Hauptsächlich The Master und There Will Be Blood. Auch da, also There Will Be Blood finde ich halt grandios. Auch Daniel Day-Lewis halt in wirklich höchst Form. Mehr Form geht nicht. als Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood. The Master hast du ja gerade schon angesprochen, Leo. Fand ich sehr anstrengend. Jock in Phoenix und Philip Seymour Hoffmann. Also grandios. Und ja, also was ich von also von Licorice Pizza jetzt erwartet hatte, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen. ich fand es erst mal seltsam, dass es ein Comedy-Film sein sollte. Also ich habe mich vorher nicht drüber informiert und habe halt nur gelesen, dass das halt irgendwie so ein Coming-of-Age-Comedy, was auch immer, sein wird. Und das passt so nicht so in mein Weltbild zu Paul Thomas Anderson, wenn ich ehrlich bin, weil die Filme sind halt schon, also die, die ich gesehen habe, schon immer sehr ernst und sperrig und ja, lang und da war ich dann doch schon sehr gespannt, was er dann daraus macht, aus der Prämisse mal vielleicht was Lockeres zu erzählen. Ja, stimmt. Gerade wenn man sich jetzt den letzten Film Phantom Threat oder ich glaube auf Deutsch hast du am seinen Faden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wenn man sich den nochmal zu Gemüte führt, das war ja auch ein eher schweres Drama. Da gab es jetzt auch nicht viel Heiterkeit und Witz natürlich zwischendurch, aber über allem schwang dann eben schon dieser Hauptcharakter, der in seiner Arbeit vertieft war und so darauf fokussiert war, dass er eben ja leicht schon in diese depressive Ader abrutscht. Von daher, das war jetzt auch kein leichter Stoff. Von daher, wie du gerade schon sagtest, war ich da auch gespannt, wie das denn jetzt mit Liquid Spitzer ist, das offiziell als Comedy-Drama angekündigt wurde. Ob das Drama jetzt wirklich eingelöst wird, da können wir gleich gerne noch drüber diskutieren. Aber ich würde mal, bevor wir da einsteigen, noch so ein paar kleine Fakten raushauen. Und zwar erscheint der Film jetzt in Deutschland in den Kinos am 27. Januar 2022, also zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Woche später. Ist in den USA allerdings schon im vergangenen Jahr, ich glaube im Dezember, kurz vor Weihnachten, erschienen. Regie und Script, wie wir das jetzt schon des Öfteren angesprochen haben, da steckt Paul Thomas Anderson wieder dahinter. ist auch bei der Kamera federführend, hat sich aber diesmal sogar als kleines Debüt seinen Lichttechniker Michael Baumann mit dazu geholt, der ihn da unterstützt hat in Sachen Kamera. Zumindest ist er da auch mit Credits versehen in dem Bereich. Beim Score haben wir den Haus- und Hofkomponisten Johnny Greenwood. Der hat in Fandom Threat, The Master und There Will Be Blood schon mitgewirkt und auch in einem Film, den Leo und Kenan schon gesehen haben, nämlich in Spencer. Wie fandet ihr denn da den Soundtrack? Könnt ihr da schon so ein bisschen was zu erzählen, wie euch Johnny Greenwood da gefallen hat? Genau, also mir fällt gerade ein, ich habe einen Paul Thomas Anderson Film gesehen, nämlich die Doku über Johnny Greenwoods Albenaufnahme damals, den er gemacht hat, das war eine kurze Dokumentation. Also habe ich doch einen gesehen, Johnny Greenwood ist ja auch der Gitarrist von Radiohead und also ich fand in Spencer sein Soundkonzept grandios, also das ist wirklich, der spielt mit ganz vielen Elementen, so barocken und klassischen Elementen, aber auch so Jazz, Loungemusik und aber auch mit ganz vielen, ich würde mal sagen, so unmelodiösen oder disharmonischen Klängen, sodass du wirklich bei Spencer, wo es ja auch ein bisschen unheimlich wirkt und so eine beengende Angst so ein bisschen dargestellt werden soll, die merkst du bei dem Soundkonzept richtig, richtig gut und am besten merkst du sie in einem Kino, wo du halt wirklich den schönen Dolby Surround Sound hast, wirklich von allen Seiten diese beengende Musik oder diese beengende Klänge hast, das fand ich wirklich sehr, sehr gut, also das hat mir sehr, sehr gefallen. Zum einen ist das auch sehr einfühlsamer im Film gewesen, also ich mochte den Score von Johnny Greenwood auch sehr gerne und würde mir auch sehr wünschen, dass der bei zukünftigen Preisverleihungen auch berücksichtigt wird. Sehr spannend ist einfach, wie er gerade das Drama auch in dem Film rund um Kristen Stewart's Diana auch wunderbar eingefangen hat, gerade wenn es halt wirklich mal lauter, klärrender wird und dann auf einmal einfühlsamer mit Streichern, die ganz ruhig entlangfliegen, wenn man dann nebelige Landschaft drumherum dann beobachten darf. Ja, er zeigt auf jeden Fall sehr, sehr viel Vielfalt und Vielseitigkeit, gerade wenn man sich dann auch im Vergleich eben Liquid Spitzer anguckt, der natürlich ja auch seine kleinen Drama-Elemente hat, aber natürlich nicht in dem Sinne und in dem Suspense-Faktor, den ihr jetzt gerade bei Spencer angesprochen habt. Musikalisch wird es jetzt auch im Cast, wir haben nämlich zwei Debüts dabei, einmal Alana Haim, die ist eigentlich Musikerin und spielt mit ihren beiden Schwestern in der Band Haim und die beiden Schwestern, die sind auch mit dabei, Daniel und Est Haim, die spielen ja auch mit und die sind sogar in diesem Fall die Filmschwestern von Alana Haim, die auch hier den Namen Alana trägt. Hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an, aber wenn ihr den Film seht, dann wisst ihr, was wir meinen, denn die ganze Familie Haim spielt ja sozusagen nicht sich selber, aber spielt eine Familie gleichen Namens, wenn man es so ausformulieren möchte. Und dann haben wir noch ein Debüt, nämlich Cooper Hoffman, der ist, jetzt kommt eben wieder der Kreisschluss, der Sohn des verstorbenen Philip Seymour Hoffman, der eben bereits mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet hat und das war auch so ein bisschen der Grund, warum Paul Thomas Anderson ihn hier im Film haben wollte. Er hat ihn also quasi auch aufgrund der Ähnlichkeit zu einem Jugendfreund von ihm so ein bisschen diese Rolle auf den Leib geschneidert und hat ihn auch ein kleines bisschen überredet, obwohl Cooper Hoffman eben aufgrund seiner Familiengeschichte erstmal gar nicht in diesen Filmbereich rein wollte. Aber er hat ja dann doch am Ende Ja gesagt und für mich, wenn ich das schon mal so ein bisschen vorweg greife, hat er auf jeden Fall damit auch die richtige Entscheidung getroffen. Dann haben wir noch ja so ein paar Altstars mit dabei, alt in Anführungszeichen, denn teilweise sind sie jetzt gar nicht so alt, aber natürlich schon gestandene Hollywood-Größen. Wir haben einmal Bradley Cooper dabei, Sean Penn, Tom Waits spielt noch mit, Benny Safdie ist mit dabei und Harriet Sansom Harris, die hat ja auch eine wunderschöne Rolle als eine Agentin für Jung-Schauspieler und Jung-Schauspielerinnen, die mir da sehr gut gefallen hat. Die Bewertungen für Licorice Pizza, die sehen bisher sehr rosig aus. Wir haben eine Letterbox-Wertung von 3,9 im Durchschnitt aktuell, bei IMDb stehen wir bei 8,0 und Rotten Tomatoes bei ganzen 91%. Also der Film scheint nicht nur bei uns gut anzukommen, sondern auch weltweit bisher ganz gute Erfolge feiern zu können. Ja, und worum es eigentlich geht, falls ihr noch gar nichts von Licorice Pizza mitbekommen habt, das erzählt euch der Leo jetzt einmal kurz. Genau, denn in Licorice Pizza nimmt uns Paul Thomas Anderson mit in die 70er Jahre in San Fernando Valley, also in Kalifornien, unweit von Hollywood und wir folgen einem Duo sozusagen. Auf der einen Seite haben wir Gary Valentine, so ein 15-jähriger, ja, er nennt sich als Showstar so ein bisschen, denn er hat ganz viele so kleine Rollen als Kinderstar, kann man sagen, auch in so Musical-Reviewen, die halt manchmal im Fernsehen kurz gezeigt werden, bei Talkmastern oder bei so Werbedeals, hat er so seine kleine, ja, seine kleinen Erfolge und ist schon so eine, ja, eine Persönlichkeit, die nicht besonders cool im klassischen Sinne ist, aber charismatisch, so ein, ja, mit einer gewissen Schleue und so einer, ja, eine kleine Intelligenz und er, ja, trifft auf Elena Kane, die eine 25-jährige Fotoassistentin ist und, äh, das ist, ja, die treffen sich in der Highschool von Gary Valentine und dann, ja, entwickelt sich dort eine, ja, eine Beziehung zu den beiden und das zu Beginn gar nicht im romantischen Sinne auch gemeint, also einfach eine Beziehung zu den beiden und wir sehen die beiden, wie sie durch dieses Hollywood der 70er Jahre halt einfach, äh, ja, ihre Abenteuer erleben und sie ganz verrückte Geschichten erleben, denn die 70er sind natürlich ein ganz eigenes Zeitalter für Hollywood, so Post-68 und, ja, da erleben die ihre Abenteuer. Ja, und das Ganze basiert sogar auf einer Jugendgeschichte, wie wahrscheinlich auch vieles auf Jugendgeschichten basiert in diesem Film von Paul Thomas Anderson, der sowas mal mitbekommen hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in seiner Jugendzeit war, aber er hat auf jeden Fall an der Highschool beobachtet, wie eben einer von diesen 15-Jährigen dann eine ältere Assistentin da angebaggert hat und hat sich dann halt gedacht so, hm, was wäre eigentlich, wenn das jetzt funktionieren würde und sie würde einfach sagen, ja gut, ich gehe da mal hin und gucken, ob der 15-Jährige da wirklich sitzt und dann mir hinterher einen ausgeben will, mal gucken. Und daraus entspinnt sich dann diese wunderschöne Love-Story, die wir hier sehen. Sascha, wie fandest du denn die Wechselbeziehung zwischen den beiden Charakteren? Wir haben Elena auf der einen Seite, die, mal sagt, sie ist 25, mal ist sie 28, also sie scheint da auch so ein bisschen mit dem Alter zu krokettieren und Gary, dem 15-jährigen Jung-Schauspieler auf der anderen Seite. Ja, es ist, auf der einen Seite ist das halt so super unschuldig die ganze Zeit gewesen. Also das fängt ja so ein bisschen damit an, dass er schon, ich sag mal, ernsthaftes Interesse an ihr hat und sie das dann so abtut mit so, ja, ja, gucken wir einfach mal. Also, und dann werden die ja Freunde, ja, das ist halt alles super locker bei denen und ich fand, das hat ein sehr, das hat alles sehr natürlich gewirkt und das hat mir halt super gut gefallen. Besonders, weil, du hast ja eben schon erwähnt, dieses, diese On-Off-Geschichte, es ist halt immer so, dass die sich, die beiden sich dann immer mal wieder näher kommen und sie dann aber doch plötzlich diese, diese Altersdifferenz deutlicher spürt und dann doch wieder sagt, ey, du bist so kindisch und das funktioniert nicht und dann, es ist halt nicht so ein typisches, ich nenne es mal so ein Hollywood-Klischee-Romanzen-Ding, wo sie sich dann unsterblich ineinander verlieben und alles ist das überkrasse Happy Hand. Also es ist halt schon, also das ist ja so ein bisschen die Story, die der Film erzählt auch, dass man halt da Unterschied, dass man daran arbeiten muss und dann halt gucken muss, wo es hinführt und das hat für mich sehr gut funktioniert. Ja, du hattest ja gerade auch gesagt, dass sie ihm öfters mal vorwirft, kindisch zu sein, aber da finde ich das eigentlich ganz cool, zumindest habe ich das so für mich mitgenommen, weil du ja am Anfang auch sagtest, das soll eigentlich so eine Coming-of-Age-Geschichte sein, dass es das für mich im doppelten Sinne eigentlich ist, ich weiß nicht, Kenan, wie du das siehst, weil Elena ja durchnimmt ja auch eigentlich so einen Wandel und obwohl sie sich älter gibt beziehungsweise auch erfahren gibt, kommt sie trotzdem auch immer in die Situation, wo sie dann eigentlich diejenige ist, die ja mal erwachsen werden müsste. Genau, auch gerade ist es interessant, wie die Erfahrungen von ihr auch wiedergespiegelt werden, gerade wenn sie sich halt im Film auf andere Männer auch einlässt zum Beispiel und die auch näher kennenlernt und gleichzeitig dort auch immer wieder registrieren muss, ja gut, zwischen 15 und 50 existiert irgendwie kein großer Unterschied, weil auch ein 50-jähriger Mann auch irgendwie seine kindischen Züge auch haben kann und das Alter dann in dem Fall gar keine große Frage ist, sondern es geht dann doch mehr um die Persönlichkeit und ich glaube, die Erfahrungen, die sie in dem Film dadurch auch macht, manifestieren ja auch immer die Beziehungen, die sie zu Gary auch immer wieder zurück empfindet. Deshalb kehrt sie auch immer wieder, wenn sie für eine Phase weg von ihm geht, auch wieder zu ihm zurück und irgendwo ist dann diese Chemie zwischen den beiden ja auch immer vorhanden, die sie irgendwie immer zueinander treibt. Ja, die Chemie ist ein gutes Stichwort. Leo, wie fandest du denn die Chemie zwischen Elena und Gary beziehungsweise auch natürlich zwischen Elena und Cooper als Schauspieler und Schauspielerin? Für mich fand ich schon mal erst mal sehr gut, dass Paul Thomas Anderson recht schnell diesen Elephant in the Room angesprochen hat. Er hat gesagt, okay, 15 und die andere ist auf jeden Fall mindestens 10 Jahre älter und somit haben wir das größte Problem, was für mich vielleicht nicht denkbar oder vielleicht ein bisschen weird gewesen wäre, ist schon mal angesprochen, okay, wir haben jetzt diese Basis und dann funktioniert diese Chemie sehr gut für mich, weil natürlich ist sie ein bisschen utopisch, ein bisschen traumhaft, aber die beiden Rollen harmonieren miteinander ganz gut, weil sie beide, glaube ich, an einem Punkt sind, wo sie entscheiden müssen, wie geht es weiter mit meinem Leben. Zum Beispiel Gary in der Rolle dann mit 15, ja, wie will ich so als junger Mann werden und Elena zum Beispiel so, ja, besonders in den 70er Jahren vor diesem Frauenbild, ja, in ihrem Alter so die Schwester, die übernimmt das Immobiliengeschäft des Vaters und sowas und was wird aus mir, will ich mein ganzes Leben irgendwie Fotoassistentin bleiben und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, da dort eben, weil sie am ähnlichen Punkt in ihrem Leben sind, obwohl sie unterschiedlich alt sind, genau da sehr gut zusammenfinden und sehr gut zusammenpassen und ich finde auch auf der Leinwand merke ich den beiden SchauspielerInnen da gar nicht an, dass die irgendwie jetzt gar nicht harmonieren würden, die harmonieren in meinen Augen sehr, sehr gut und schaffen Atmosphäre, wo ich einfach Lust habe, denen bei ihren Abenteuern und bei den Erlebnissen, was die haben und auch bei deren On-Off-Beziehungen halt zu folgen, das macht mir halt Spaß und da bin ich halt direkt dabei gewesen. Ja, und die zwei, die durchlaufen ja auf verschiedene Stadien. Man hat am Anfang so diese Pole, die sich vielleicht so ein bisschen anziehen, aber einer davon möchte sich gerne abstoßen, dann kommt, ohne zu viel verraten zu wollen, da schon so eine kleine Business-Partnerschaft zusammen und gleichzeitig steht dann eben, wie du eben auch sagtest, dieser Elefant immer noch im Raum, dass es da eine aufkeimende Liebesbeziehung gibt oder geben könnte und wie sich dann beide zueinander verhalten. Ich fand die Chemie zwischen den beiden als Schauspieler auch sehr schön. Ich kam aber dann nicht von dieser Schwesterrolle irgendwie weg. Also mir kam sie immer eher vor, so in der Art und Weise, wie sie sich gibt und in der Art und Weise, wie Gary sie auch so ein bisschen anhimmelt, dass es für mich eher so eine Schwesterfigur oder ein Schwesterersatz war. Also ich kam da irgendwie in diese Liebesschiene nicht so ganz rein. Ich weiß nicht, Sascha Kenan, wie das bei euch war, also wie das für euch funktioniert hat. Habt ihr sie auch so eher als Schwester wahrgenommen oder war da tatsächlich dann auch so, das Intendierte, dass es dann tatsächlich auch für euch mit dieser Liebe funktioniert hat? Ich sehe, was du meinst mit Schwesterrolle, aber ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie ja auch, also diese Mischung aus Businesspartner und diesem Altersunterschied könnte das ja auch sein. Also ich hatte ja eben schon gesagt, sie findet es ja nicht so gut, dass er so kindisch ist. Also an manchen Stellen, an manchen Stellen findet sie es dann ja wieder gut. Aber gleichzeitig ist er halt noch, also noch minderjährig und fängt da an, irgendwelche krassen Businesses aufzubauen. Und sie unterstützt ihn da ja auf irgendeine Weise. Und da verstehe ich, wenn du sagst, das hat so ein bisschen was mit fehlender Schwesterfigur zu tun. Aber ich fand, das ist ja das, was ich eben schon meinte, diese unschuldige Romanze, die sie haben, finde ich, die kam halt sehr gut rüber. Also dieses so, ja, eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht und irgendwie finden wir uns ja doch gut. Aber nee, also das macht ja so ein bisschen diesen Charme aus. Also so als Schwesterfigur würde ich sie nicht sehen. Aber ich verstehe das Argument. Ich denke auch, gerade weil Paul Thomas Anderson in dem Film dieses kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Spiel auch über die ganzen Filme lang spielt, kann man zwischendurch bei dem Moment noch vergessen, dass es sich hierbei um eine romantische Beziehung zueinander hält oder zumindest über eine weite Strecke halt eine einseitige romantische Liebeserklärung war von Gary Zidans alleine und wie dann damit auch weiterhin gespielt wird über den weiteren Verlauf des Films. Ich musste da auch sehr oft an die Reifeprüfung von Mike Nichols denken aus dem Jahr 68, 69, wo es ja auch quasi auch um eine Liebschaft geht, die halt mit einem großen Altersunterschied zu tun hat und wie sich das auch zum Beispiel wandelt. Und gerade je mehr man auch in Richtung Ende geht, ohne jetzt zu viel zu verraten, muss ich da doch sehr auch an das Ende von der Reifeprüfung denken. Ja, das kann natürlich sein, weil da ja auch ein paar Filme noch im Hinterkopf rumschweben, weil Paul Thomas Anderson aus der Sicht der Inspiration gezogen hat, dass der vielleicht auch mit dabei war in den inspirierenden Stoffen. Denn er ist ja wirklich viel aus seiner Kindheit auch verarbeitet und auch viel aus den Eindrücken, die er damals in diesem San Fernando Valley auch gesammelt hat. Und deswegen fand ich diese Reise auch zurück, mal so die Welt aus den kindlichen Augen zu sehen, wie wir das teilweise auch mitbekommen, fand ich da sehr erfrischend. Und das Setting allgemein hat mir da gut gefallen. Leo, wie fandst du das denn allgemein? Also einmal so in diese 70er Jahre einzutauchen, hat das für dich funktioniert? Und dann nochmal dieses Hollywood zu erleben, wie man es ja zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood auch schon mal erleben durfte? Ich finde es ja auch ganz spannend, dass wir in die 70er Jahre gehen. Denn Port Thomas Anderson ist glaube ich Jahrgang 1974 oder sowas. Also oder Anfang der 70er Jahre geboren müsste das glaube ich sein. Da finde ich sehr spannend, dass er eine Zeit nimmt, in der er gar nicht erwachsen ist. Aber das ist ja, wenn wir uns anschauen, häufig wenn wir Nostalgie anschauen, zum Beispiel beim Beispiel Stranger Things, dass die Duffer Brothers, wie sie ja heißen, die sind ja auch irgendwie Ende 70er, Anfang 80er geboren. Also die behandeln ja auch eigentlich Themen und Zeiträume, die sie gar nicht aktiv als Erwachsene miterlebt haben. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil das dann wie ein Märchen natürlich wirkt, weil Port Thomas Anderson vielleicht auch da sagt, okay, für mich als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger hat das so funktioniert. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und da diese Märchenästhetik haben wir auch eben, wie schon angesprochen, in Once Upon a Time in Hollywood. Und da finde ich auch, dass das funktioniert, weil es eben durch diese etwas naive Brille geleuchtet wird. Und es muss nicht alles so passiert sein, es muss jetzt nicht gewesen sein, dass, keine Ahnung, John Peters, also der dort von Bradley Cooper gespielt wird, der damalige Mann von Barbra Streisand, dass der jetzt irgendwie auf den Schulfreunden von Paul Thomas Anderson getroffen ist. Aber wir nehmen es ihm ab, weil es eben in dieser ein bisschen märchenhaften Welt funktioniert, in dieser Utopie. Und das genau hat für mich Spaß gemacht. Dieses ganze Ambiente kommt sehr, sehr treffend rüber. Und ich denke da, dass da viel durch Recherche und, ja, durch vielleicht eigene Ideen so eine Welt aufgebaut wurde, die vielleicht nicht zu 100% realistisch und genau maßstabsgetreu ist, aber sie funktioniert in meinen Augen. Ich finde, da sprichst du was Wichtiges an eigentlich, so, weil das, was da passiert, das ist absolut, also in den meisten Fällen absolut unglaubwürdig, sage ich jetzt mal, wenn man es halt irgendwie auf eine realistische Ebene irgendwie runterzieht, aber es kommt einem nicht so vor. Also man, man kauft dem Film das ab zu jedem Moment, finde ich. Und das ist schon eigentlich eine Herausforderung, wenn man halt bedenkt, dass das ja kein Fantasy-Film ist, sage ich mal. Man hat immer den Eindruck, also so viel Blödsinn in Anführungszeichen, weil es ja nicht Blödsinn, was wir sehen, aber so viel Shit, der da teilweise passiert, der kann einfach gar nicht an einem Abend oder innerhalb von ein paar Wochen passieren. Aber wie ihr schon richtig sagtet, man kauft dem Film das wirklich ab, gerade weil diese Zeit ja damals auch so war, nach dem Motto, du biegst um zwei Ecken und kannst in den nächsten Hollywood-Star laufen und weil die halt alle reich sind und Hollywood damals so war, wie es war, können die auch total überdreht und bekloppt sein und du weißt nicht, was dich erwartet an irgendeiner Straßenecke. Von daher fand ich das auf jeden Fall auch sehr schön inszeniert. Und das mit der Nostalgiebrille, das hatten wir, glaube ich, mal in einem anderen Podcast schon mal so ein bisschen erörtert, dass man ja meistens dann die Zeit wahrnimmt, indem man dann die Dinge erstmal verarbeiten kann oder die ersten Filme sieht und dann sieht man natürlich die aus dem Jahrzehnt davor meistens. Also die, die in den 90ern die ersten Filme gesehen haben, die sehen dann die coolen Filme aus den 80ern. Und so wird er wahrscheinlich auch, als er dann ein bisschen größer war, vielleicht Anfang der 80er dann die ersten Dinge wahrgenommen hat, das wahrgenommen haben, was in den 70ern cool und angesagt war. Von daher glaube ich schon eher, dass sich das immer so ein bisschen verschiebt in der Nostalgiesicht und dass das Sexturing eigentlich ganz gut passt, dass er sich da auch die 70s ausgesucht hat. Ja, Kena, wie sieht es bei dir denn aus? Wie fandest du denn so die allgemeine Stimmung des Films? Wie haben dir die Bilder aus San Fernando Valley gefallen? Ich fand die Bilder schon sehr wunderschön anzuschauen, gerade wenn man einfach nachts durch San Fernando Valley läuft, mit den Leuchtschriften, mit dem Sonnenuntergang, auch gerade wie man wirklich mit schönen Filmkorn alles mit eingefangen hat, auch gerade wie jede Gesichtsmine, jede Falte, jede einzelne Pore quasi in den Gesichtern auch der SchauspielerInnen zu erkennen war, wurde schon wunderbar eingefangen. Und es erzeugt eben diese schöne, unschuldige und nostalgische Sicht auch auf die 70er. Es hat irgendwas Restauratives irgendwie, finde ich, an sich gehabt. Gerade, dass er halt eben diese 70er aus seiner Erinnerung nochmal hervorholt und sie quasi auch mit uns teilen möchte. Und da geht es halt auch mehr darum, dass er die eben auch als Kind gesichtet hat, als ob er sie aus einem sehr unschuldigen Blickwinkel betrachtet und gar nicht mal jetzt so in die Richtung geht, das alles grob zu hinterfragen, sondern einfach nur in diesem Moment quasi auch verweilt. Da hast du was Schönes angesprochen. Ich saß nämlich im Kinosaal und dachte, wann sieht man mal einen Film, wo man wirklich Pickel sieht? Wo du einfach Charaktere siehst, die aussehen, als wenn sie jetzt gerade wirklich in echt vor dir stehen würden, wo halt keine dicke Schminke, keine Setschminke drüber ist, sondern wo du halt wirklich das Gefühl hast, du guckst gerade so ein bisschen in die Vergangenheit, in eine Familie, die da auch leben könnte und hast dann eben diesen realistischen Eindruck, in Anführungszeichen, der sich so damals in dieser Zeit abspielte. Da wollte ich auch eben genau einhaken. Das ist genau dieser Punkt einfach von so einer Natürlichkeit, den man ja vielleicht bei Eighth Grade von Bo Burnham mal gesehen hatte, wo der ja eher noch so Jugendliche als Beispiel nimmt, so 13, 14. Und hier hat man ja auch, das sind ja alles keine klassischen Schönheitsideale im Sinne von Supermodels und Marilyn Monroe und was weiß ich, irgendwelchen Schwarzeneggers, sondern sind halt ziemlich normale Menschen mit normalen Problemen und einer normalen Ästhetik und das fand ich sehr, sehr erfrischend auch. Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch in dem Kontrast, weil die Leute, die eben durchgestylt waren, das waren eben wieder die Gesichter, die man dann aus Hollywood kannte beziehungsweise die dann so Hollywood-Pondants gemimt haben in dem Film. Ja, und ich habe auch nur Sascha im Kopf, wie er aus dem Kino kam und ich glaube, das Erste, was er gesagt hat, war, ich liebe Filmkorn, so in die Richtung, meine ich mich erinnern zu können. Du warst also auch begeistert von dem, was du da gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade bei den Szenen, die so in Golden Hour, nenne ich es jetzt mal, also hier Abenddämmerung und sowas gespielt haben, da hat dieses Filmkorn einen halt richtig angebrüllt. Und auch wenn man, also ich habe ein paar Bekannte und Freunde, die das immer als, ja, als störend betrachten, weil das ja schon so ein, ja, ein Makel ist im Film, nenne ich mal. Aber ich weiß nicht, also ich finde diese, dieses, dieser analoge Look und auch diese grundsätzlich, dass der Film hat ja sehr, der ist ja sehr weich in seinem, in seinem Ansehen, ne, und dieses Filmkorn, gerade bei diesen Sonnenuntergangs-Shots und sowas, das ist, ich wirklich, ich fand das wunderschön, und das, da fehlen mir jetzt, da fange ich schon wieder an zu stottern, ne, da fehlen mir ein bisschen die Worte, also ich finde das, also da hat der Kollege auch wieder echt alles rausgeholt, also ja, nicht Style ist das falsche Wort, also so an Stil, ne, also ich kann es gerade schwer umschreiben, aber das ist, gefällt mir sehr gut. Ja, es hat auch eine gewisse Ästhetik, die ich besonders mit Filmen verbinde und die für mich zu guten Filmen auch mit dazugehören. Wenn ich nämlich jetzt ein anderes Negativbeispiel nehme, dann wäre das für mich Matrix Resurrections, klar, der Film hat auch noch andere Probleme, aber der sieht halt so klinisch aus und das Ganze sieht halt, ich glaube, das wird auch öfter so als Soap-Opera oder sowas beschrieben, dass es halt eben diesen Soap-Opera-Look hat und das spricht mich halt so gar nicht an, da komme ich irgendwie komplett raus, also da finde ich tatsächlich dann auch so eine leichte Körnung und kann natürlich auch gerne mal mehr sein, finde ich ja auf jeden Fall in Filmen sehr viel angenehmer. Ist vielleicht auch einfach eine Art des trainierten Auges, weil man ist damit aufgewachsen, man kennt es halt so, kann diese Art des analogen Films auf jeden Fall auch sehr schätzen. Ich finde auch, der Film fühlt sich nicht an wie ein Film, der 2021 entstanden ist. Also ich finde, der hätte fast so auch in den 80ern entstehen können, so vom Look meiner Meinung nach. Also auf jeden Fall, wenn wir da nochmal was dazwischen schieben, mich hat da auch meine eigene Kindheit so ein bisschen getriggert. Ich weiß nicht, ob das Intention des Films ist, aber gerade diese Sonnenuntergangsszene, Sascha, die du eben jetzt beschrieben hast, da musste ich tatsächlich so an meine eigene Kindheit denken, weil das diese klassische Erinnerung ist. Es ist Sommer, es ist Abend, die Sonne geht unter. Ich bin mit Freunden draußen, man hat direkt diesen Duft der Wiese in der Nase, die Sonne im Gesicht. Also das hat mich persönlich sehr stark getriggert, was jetzt meine eigene Kindheit angeht. Wie sah das bei euch aus? Also war das bei euch auch so ein kleiner Trip in die Zeit zurück, obwohl ihr wahrscheinlich nicht in San Fernando Valley gelebt habt zu der Zeit? Im San Fernando Valley haben wir auf jeden Fall nicht gelebt, noch nicht, glaube ich, in den 70ern. Zumindest kann ich das von mir behaupten. Und trotzdem fand ich das, ja, es ist ein Film, der für mich einfach Jugend und Jugendlichkeit und so dieses, ja, dieses Freie, dieses ein bisschen nicht an morgen und an irgendwelche Fehler denken und wir machen jetzt einfach mal irgendwie eine dumme Geschäftsidee und wir, keine Ahnung, fahren jetzt dahin, so dieses, ja, einfach dieses Befreite, das ist einfach eine Ode daran, finde ich, dieser Film, der ist einfach wirklich, der strahlt diesen, ja, der strahlt das genau aus, diese Jugendlichkeit und so ein bisschen diese Zeitlosigkeit. Genauso kannst du das in den 70ern haben oder auch natürlich einfach irgendwie in den 2000ern, 2010ern, 90ern, 80ern, wo du halt einfach diese Jugendgruppe und fährst dieses Gefühl von ersten Verliebtsein und okay, die ist ein bisschen älter als ich, aber vielleicht ist es wirklich Liebe oder finde ich es einfach nur cool und das sind so viele Thematiken, die da reinkommen und ich glaube, jeder Mensch hat zumindest einen Teil davon auf jeden Fall erlebt und das fand ich eben das sehr, sehr Spannende. Ich finde auch, Zeitlosigkeit ist ein gutes Beispiel, sowohl als Kind als auch später als Erwachsener ist es halt immer irgendwie eindringend, wenn man auf einmal plötzlich abends entlangläuft mit Freunden und dann Sonnenuntergang oder die Abenddämmerung am Himmel beobachten, kann und dann die ganzen Farben wertschätzt, die man dann um einen herum sieht. Ja, auch hier, Jugendlichkeit wird halt wunderbar abgedeckt, man erinnert sich wieder zurück an die Phase, man trifft sich gefühlt jeden Tag mit denselben Leuten und heckt dann quasi die nächsten Abenteuer aus und man fühlt sich so ein bisschen dann in der Richtung, ja, Kindheit ist etwas, was irgendwie schnell wieder vergeht und irgendwie nicht mehr wieder zurückerlangt werden kann und ich finde auch interessant, bei Kommentaren zu den 70er Jahren sagen immer viele, die 70er Jahre selbst sind ein Phänomen, wo man gesagt hat, man möchte schnell erwachsen werden und das steht eigentlich wunderschön im Kontrast zu heute, wenn man heutzutage sagt, so, ja, irgendwie will man doch irgendwie nicht zu schnell erwachsen werden, man möchte nochmal ein bisschen Kind sein, man möchte nicht zu viel Verantwortungsbewusstsein übernehmen und das war in den 70er Jahren, jetzt sieht man auch perfekt, wenn ich bei Alaina als Charakter, die halt genau diesen Trip halt in schnelle erwachsen werden einnehmen will, wie das die doch irgendwie jetzt doch zurückbringt zu den Jungen, die halt eben alle noch jung sind und diese Jugend, die sie dann jeden Tag dort miterleben mit der Gruppe. Genau, also sehr schön zusammengefasst, denn immer wenn sie so ein bisschen ja den Geschmack des Erwachsenwerdens kostet, möchte sie dann doch wieder dahin zurück, wo es Abenteuer gibt, selbst wenn sie innerhalb dieser Abenteuer immer so ein bisschen zerknirscht wirkt, so nach dem Motto, will ich das eigentlich überhaupt, ist mir das nicht alles zu kindisch, fällt sie dann trotzdem immer wieder natürlich dahin zurück und mit der Erwachsenenwelt möchte sie dann am Ende des Tages auch nicht so viel zu tun haben, weil sie natürlich dann auch die entsprechenden Erfahrungen macht. Was der Film, finde ich, auch sehr spannend inszeniert, ist, dass wir zwar immer so ein bisschen Drama dabei haben und es auch mal Situationen gibt, wo man denkt, okay, das könnte jetzt eskalieren, das könnte jetzt in eine Richtung gehen, die kein schönes Ende nimmt, dann aber immer wieder die Kurve kriegt. War euch das so ein bisschen zu viel, viel gut, Sascha? Wie sah es da bei dir aus? Oder fandest du das in Ordnung, dass der Film da jetzt nicht komplett auf die Tränendrüse drückt oder irgendjemanden über die Klinge springen lässt? Ne, ich fand das voll okay, weil das auch, es passt halt sehr zu der allgemeinen Stimmung, die der Film so von sich gibt, weil der ist zwar, die, also unsere Figuren werden zwar schon vor Herausforderungen gestellt, aber es ist da, es kommt ja, wie du gerade schon sagtest, es kommt ja nie so weit, dass da irgendwie, also jemand wirklich körperlich in Gefahr gerät, also außer halt, wo Bradley Coopers Charakter den droht vielleicht, aber ne, das fand ich halt auch sehr angenehm, weil das halt auch zeigt, so man, man braucht das ja nicht immer zwangsläufig. Ich glaube, Leo, du hattest das eben gesagt, dass es auch das Schöne ist, dass man so als Jugendlicher immer so diese, diese Abzweigung nimmt immer zwischendurch und mal so das ein oder andere Abenteuer eingeht und dass das so auch die perfekte Zeit dafür ist, so in dieser Jugendzeit. Fandest du denn, dass der Film die Abzweigung, die er dann auch tatsächlich nimmt, und dass ihn das so ein bisschen vom Pfad abführt? Also hättest du dir vielleicht so einen fokussierteren Film gewünscht oder fandest du das eigentlich genau richtig, dass man so abseits dieses roten Fadens nach links und rechts immer mal guckt und dass es vielleicht so den einen oder anderen am Anfang ein bisschen verlieren oder verwirren könnte? Ich persönlich muss sagen, ich wurde immer dauerhaft irgendwie abgeholt. Ich habe mich gar nicht so verloren gefühlt, weil es glaube ich ein Film ist, der auch weniger jetzt krass von der Handlungsentwicklung lebt, als auch wirklich von einem Worldbuilding. Der baut eine sehr, sehr gute Welt auf, in dem auch diese ganze Handlung funktioniert und für mich war das kein Problem. Also ich hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn man dann einen sehr stringenten Stil gewählt hätte und gesagt hätte, wir haken jetzt diese, also wir haken jetzt die Exposition ab, jetzt kommt das Drama, jetzt kommt nochmal die glückliche Phase, jetzt kommt nochmal Drama. Das hätte für mich nicht funktioniert. Dieser Film lebt eben von einem Chaos, von kleinen Anekdoten und es ist ja das Schöne, dass man darin so ein bisschen das Gefühl für die Zeit verliert. Man weiß nur, es ist Sommer, es ist warm und ob jetzt alles sogar irgendwie also chronologisch passiert oder ob das andere vielleicht ein bisschen früher passiert, ist auch ein bisschen egal, finde ich, weil es so für mich ist, es lebt halt von dieser Welt und von diesen kleinen Anekdoten, die zu einem großen Teppich halt einfach dazugehören und dieser Teppich ist einfach diese Freundschaft und Beziehung zwischen Gary Valentine und Elena Cain und ja, für mich war das gar kein Problem, dass man so ein bisschen immer mal hier war und mal da. Ja, es zahlt ja auch alles auf die Charaktere und ihre Beziehung ein, finde ich, alles was man da sieht. Also es ist jetzt nichts, was passiert, was in irgendeiner Art und Weise nutzlos ist. So das Einzige, was man aus dem Trailer sieht, wo man denkt, er hat nicht viel mit der Story zu tun, das kommt dann ja auch hinterher quasi im Abspann erst, aber da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ja, ich finde auch, Kenan, auch das, was Leo gesagt hat, dieses Gefühl der Zeit verlieren, der Film lässt sich ja auch eigentlich so ein bisschen treiben. Also kannst du dir auch vorstellen, dass das so ein bisschen Prämisse war, dass Paul Thomas Anderson sich eigentlich beim Skriptschreiben gesagt hat, ich schaue einfach mal, wo mich die Feder hinführt, wenn ich so an das denke, was früher war, was ich in meiner Kindheit so erlebt habe? Ja, ich denke einfach, dass man auch irgendwann mal in diesen Sommergefilden, wenn man in den Ferien draus ist, auch irgendwann mal das Zeitgefühl auch verliert, wenn man Zeit mit seinen Freunden verbringt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Punkt, den er damit auch ansprechen will. Es ist egal, ob es jetzt an einem Montag, Dienstag, Mittwoch oder Samstag stattgefunden hat, sondern einfach, dass man in diesen Momenten gerade verharrt, weil man sowieso auch weit weg von irgendeiner Technik, von der Technik ist, von Handys, von Laptops oder Ähnlichem, wo man eh konstant auf die Uhr schaut und man sich in diesen Momenten treiben lässt. Und ich glaube, auch als Zuschauer selbst im Kino ertappt man sich ja auch dann, dass man die Zeit dann vollkommen vergisst. Also für mich verflogen ja auch diese 134 Minuten, wie lange der Film geht, wirklich wie im Flug. Man hat nie wirklich das Gefühl, als ob jetzt irgendwie Jahre vergangen sind, sondern man ist genau zeitlich doch sehr gebunden daran, wie der Film erzählt wird. Und auch wie Leo schon gesagt hat, man verliert eigentlich nie wirklich den Fokus, aber von den Charakteren, weil man doch irgendwie präsent bei Gary oder bei Elena ist. Ja, man verliert als Zuschauer auch so ein bisschen das Zeitgefühl. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und gerade deswegen, finde ich, profitiert der Film auf jeden Fall, wenn man ihn sich im Kino anschaut, weil natürlich, wenn dann so Nebensächlichkeiten auch gerade mal eingeflochten werden, man sich natürlich zu Hause immer so ein bisschen ertappt, dass man vielleicht mal das Handy zur Hand nimmt oder sagt, ich gehe mal eben kurz, weiß nicht, mir noch was zu trinken holen oder mal kurz austreten. Und da finde ich, wenn du dann wirklich in diesem Kinosaal bist und gebannt auf diesen Film schaust, dann kannst du dich halt wirklich mit diesen Charakteren so ein bisschen in der Zeit verlieren. Und wie du das auch schon gesagt hast, dann verfliegt die Zeit auch tatsächlich. Also ich hätte auch nicht gedacht, ich habe auch gar nicht geguckt, wie lang der eigentlich ist. Ich war dann doch erstaunt, dass wir dann um, was war es, Viertel vor zehn oder so, erst aus dem Kino raus waren. Jetzt haben wir schon viel über die Charaktere gesprochen und über die Geschichte an sich, aber ich würde gerne auch noch mal den Hauptaugenmerk so ein bisschen auf den Cast legen, denn wir haben ja hier, wie gesagt, zwei Schauspiel-Debüts, nämlich einmal von Lenna Heim und von Cooper Hoffman. Sascha, wie haben dir denn beide Debüts gefallen? Sehr authentisch. Meiner Meinung nach haben die auf jeden Fall, also es hat nicht so gewirkt, als wären es ihre ersten Rollen gewesen. Also gerade bei Cooper Hoffman, der ja auch gewissermaßen einen Kinderschauspieler spielt in dem Film, da hat man es halt schon, also dieses gefakte Casting, was er dann an einer Stelle gemacht hat, das wirkte sehr authentisch, fand ich. Aber grundsätzlich haben die beide einen sehr guten Job gemacht und also ich bin, was Kinderdarsteller angeht, also ich meine, das sind jetzt keine Kinderdarsteller, also das ist vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt so. Aber da ist man ja schon mal, da guckt man ja schon mal immer ein bisschen eher drauf, weil die halt noch nicht so erfahren sind. Aber hier fand ich es echt gut. Die Alana, die hat ja schon mal Bühnenerfahrung, also die weiß ja schon, wie es ist, vor Publikum aufzutreten, also in diesem Fall natürlich musikalisch so. und ich fand auch, also bei ihr hat man es auch gar nicht gemerkt, dass es ihre erste Rolle ist. Also ich finde, sie hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie ja prinzipiell mit ihrer ganzen Familie da gespielt hat und gerade die Dynamiken, die da halt entstanden sind, waren natürlich super krass, fand ich. Also gerade so dann die, die Szenen, wo sie halt dann einen Typen datet. Sie kommt quasi aus einer jüdischen Familie und dann geht es in der Szene halt darum, also ich kenne mich in der Religion leider jetzt nicht so aus, aber ihr Freund in dieser Szene, der soll halt ein Gebet halten, mehr oder weniger, und der sagt halt nö. Und der Vater schmeißt den dann halt mehr oder weniger raus. Und also die, diese ganze Familiendynamik, die danach halt in diesem, die halt zwischen ihrem Vater und ihren Schwestern und ihr dann entstehen, die sind halt schon super authentisch. Also das fand ich schon sehr gut. Ja, bei Elena Heim kommt es ja dazu, klar, sie hat Bühnenerfahrung, hat natürlich entsprechend auch Musikvideos gedreht und da hat tatsächlich Paul Thomas Innocent teilweise Regie geführt bei diesen Musikvideos und da erkannten sie sich und er hat auch aus Spaß halt mal gesagt so, also er hat das ernst gemeint, aber sie hat es als Spaß aufgefasst, dass er gesagt hat, irgendwann spielst du mal einen Film von mir und dann hat sie sich gedacht, ja klar, so kam ihr im Hintergrund oder so oder auf der Bühne stehen, habe ich kein Problem mit und dann hat er ihr dann mal ein Skript zugeschickt und hat sie dann angerufen und gesagt, nee, nee, das bist du in dem Skript und du spielst die Rolle. Ja und dann, so führte dann eins zum anderen. Also ich glaube, das kam ihr dann natürlich auch zugute, dass sie ihn dann als Regisseur auch schon so ein bisschen kannte, aber für mich war das auch eine sehr, sehr starke Rolle. Der an Cooper Hoffman, Leo, der war halt, ich glaube 16, als er den Film gedreht hat, weil ich das richtig im Hinterkopf habe. Wie fandst du da seine Performance? Also da, man muss ja immer davon ausgehen, es ist ja ein Debüt. Das ist ja wirklich für mich super stark gewesen. Also natürlich, da wird vielleicht das Talent mit in die Wiege gelegt, aber er hat eine absolute Souveränität und er ist ja, seine Rolle ist ja so ein Showmaster, so ein Typ, der auf die Leute zugeht, der ein bisschen die Leute auch ein bisschen um den Finger wickeln kann und er bringt das wirklich genau so rüber, also auch gar nicht auf so eine unsympathische Art, sondern wirklich auf so eine liebenswerte, ein bisschen verrückte, ein bisschen, ja, vielleicht zu, ja, zu sehr, ja, nette Art und das ist super rübergebracht. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr stark. Genau, also auch Alain Haim ist super gut. Man merkt einfach den beiden, die hatten Spaß und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, das funktioniert, weil Paul Thomas Anderson vielleicht auch so eine Welt geschaffen hat, auch so eine Situation von Spaß und wo die Leute sich austoben können und ich finde, das merkt man bei jungen Leuten immer, wenn sie, oder wenn sie am Beginn ihrer Karriere sind, wenn man ihnen nicht das, ja, irgendwie das Gefühl gibt, wir sind hier jetzt wegen Arbeit, sondern auch, wir erleben hier auch was, wir haben hier Spaß am Set und das merkt man bei ihm ganz, ja, merkt man einfach ganz deutlich. Ich glaube, der Ansatz war da auch ein bisschen, dass sie viel selber machen mussten, also sie hat mal in einem Interview erzählt, dass sie diesen Truck, der dann da gefahren wird, diesen Umzugswagen, da musste sie quasi einen Führerschein für machen, musste den halt selber fahren und sie kann halt überhaupt nicht Autofahren, das war so ihre eigene Aussage und ich glaube, dann lernst du deine Rolle auch nochmal ein bisschen intensiver, wenn du dann halt wirklich hands-on die Sachen machen musst, die du da, beziehungsweise deinen Charakter dann da vollziehen musst. Ja, manchmal ist es ja so, dann hat man zwar ein gutes Schauspiel-Debüt, aber dann hat man doch bekannteren Stars dabei, die dann so ein bisschen das Spotlight stehlen, Kenan. Da hatten wir jetzt ein paar Altstars mit dabei, hier zum Beispiel Bradley Cooper, Sean Penn, die mitgespielt haben. Wie fandst du denn deren Auftritte und haben die für dich was weggenommen von dem Film oder hat das trotzdem gut funktioniert, dass die quasi ihren Part hatten und Alana und Gary dann trotzdem noch scheinen konnten in ihren Rollen? Es sind auf jeden Fall sehr denkwürdige Auftritte gewesen, an die man gerne sich erinnern wird in dem Film, gerade Sean Penn und auch Tom Waits vor allen Dingen, die beide zusammen auch eine Szene haben und brillant miteinander harmonieren können. Aber ich muss auch sagen, sie integrieren sich wunderbar in den Film mit den beiden Hauptfiguren ein. Ich finde gerade das Gespräch zwischen Cooper Hoffman und Bradley Cooper super, extrem gut gespielt von beiden und bei jeder Szene wo Cooper Hoffman mit einem der erfahrenen Schauspieler interagiert hat, habe ich mir auch nur gedacht, mein Gott, das Kind wird ein Star. Ich erkenne seinen Vater wieder und ich bin sehr gespannt, was er auch noch nach dem Film machen wird und wie er auch bei exzentrischen Rollen wie diesen weiter sich entwickeln wird. Aber nein, die nehmen auf keinen Fall die Bühne, sie nehmen nur so viel Zeit ein, wie es nötig ist, aber die Zeit, die sie haben, ist wunderbar eingestreut ist es humorvoll und bleiben auch im Gedächtnis hängen. Und ich glaube gerade mit dem Film haben Alain Haim und Cooper Hoffman auch einen super Startschuss in die Karriere erwischt, denn um jetzt auch mal Werbung für euren Podcast zu machen, ich habe ja den Podcast Bleibende Schäden, da habt ihr ja jetzt auch nochmal in eurem Jahresrückblick, Jahresausblick drüber gesprochen, dass halt einige Schauspieler mit diesen Franchise-Rollen einsteigen und dann vielleicht nicht da wegkommen und ich glaube gerade wenn du mit so einer Charakterrolle schon dein Debüt gibst und den Leuten zeigst, was du kannst, dann hast du wahrscheinlich auch hinterher eine größere Bandbreite zur Verfügung, aus der du dann hinterher schöpfen kannst. Und ich glaube auch, man sollte dann genau bei der Rollenwahl auch dann super vorsichtig und auch immer wieder interessiert sein mit was möchte ich machen und was wird sich mir ergeben und vielleicht nicht immer sich direkt für ein paar Jahre an gewisse Studios binden zu lassen. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Geheimnis zum Erfolg, dass man dann ein versierter Schauspieler oder versiertere Schauspielerin sein kann, dabei auch denkwürdige Rollen bringt anstatt Actionfilm XY. Ihr habt es hier zuerst gehört, wenn die beiden mal irgendwann einen Academy Award kriegen, dann haben wir das hier zuerst gecallt. Aber es wird wahrscheinlich bei der Performance auch nicht zu schwer sein. Ja, wie hat euch denn allgemein noch der Humor des Films gefallen, wenn wir darauf mal eingehen? Weil Sascha hat ja eben schon gesagt, eigentlich hätte er da eher so eine melancholischere Schiene erwartet, wie er das jetzt von anderen Paul Thomas-Anderson-Filmen kennt. Für mich war es dann persönlich doch sehr humorvoll und für mich hat es auch voll gezündet. Aber Geschmack und Humor ist ja bekanntlich verschieden. Sascha, wie sah es denn bei dir aus? Du hast ja eben schon gesagt, anders als erwartet, positiv oder eher negativ? Auf jeden Fall positiv. Also aber auf jeden Fall anders als erwartet, positiv. Also wenn ich den Film jemanden beschreiben müsste, würde ich auf jeden Fall nicht das Wort Komödie verwenden. Also dafür ist der, er ist halt dieser Humor nicht im Vordergrund genug. Also es ist jetzt kein Ace Ventura, oder so, um da jetzt mal irgendwie sowas im Vergleich zu setzen. Ich finde, der Film, der zieht seinen Humor mehr aus diesen Alltagssituationen und halt daher, dass das so greifbar ist. Also okay, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Szene mit Bradley Cooper, die ja doch schon sehr gestaged komisch ist oder so. Ja, der Film fühlt sich sehr, sehr, sehr real an. Auch in seinem Humor. Und ich fand, das hat dann doch eher in diese Paul Thomas Anderson Schiene gepasst. Also natürlich habe ich keinen, wie ich gerade schon gesagt habe, natürlich habe ich jetzt keinen Ace Ventura erwartet, aber, also der war schon unterhaltsam, lustig, der Film und, aber es steht halt nicht im Mittelpunkt. Leo, wie hat für dich der Humor gezündet im Film? Ich fand den sehr, sehr gut, weil persönlich bin ich jetzt kein Freund von so diesem klassischen hier Witz, Gag, aha, alle lachen, sondern eher von den kleinen Alltagsbeobachtungen und den kleinen Details, die einfach in den Film eingebaut werden, jeder kleine Augenaufschlag oder ein verdutzter Blick oder sowas und die Dialoge, die zünden halt sehr, sehr gut in dem Stile, weil sie sehr abstrus sind und es, man muss doch wirklich sagen, die Delivery von Elena Heim und auch von Cooper Hoffman sind einfach, also die ist fantastisch, die bringen wirklich die Sätze so raus, dass du lachen willst, wenn da irgendwie eine abstruse oder ein bisschen komische Situation ist, dann lachst du, weil sie es auch richtig gut rüberbringen und wie Sascha schon sagt, ist das jetzt kein klassischer Ace Ventura Humor oder kein klassischer Ace Ventura, sondern es ist ein Film, der ja einfach über Beobachtungen halt humoristisch ist und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil da wirklich die Detailbreite auch ja sehr, sehr weit ist und einfach Details über verschiedene Figuren sind und das macht einfach sehr viel Spaß beim Zuschauen. Genau, also es funktioniert viel über Situationscomic, natürlich auch über Dialoge, aber ohne diesen ja nervenden Comic-Relief-Charakter zu haben, den halt viele Filme heutzutage meinen haben zu müssen. Kenan, wie sah es bei dir aus? Wie hat der Humor da für dich funktioniert? Ich denke, wie Sascha und Leo das auch erwähnt haben, die Natürlichkeit der Dinge oder die Natürlichkeit in den Dialogen machen schon viel aus, wenn einfach Kleinigkeiten erwähnt werden oder auf Situationen angesprochen wird. Interessant ist es natürlich auch, wie Sascha erwähnt hat, es gibt auch ein, zwei Momente, die sehr gestaged wirken, wo man glaubt, da verbirgt sich ja eine Punchline, zum Beispiel, wenn Cooper Hoffman den Namen Streisand ausspricht, die man ja, eine Szene, die man ja auch im Trailer zum Beispiel sieht, da merkt man natürlich, dass da eine gewisse Punchline oder ein Gedanke dahinter steckt, wo es hingehen soll. Auch gleichzeitig über Erlina Heims jüdisch sein zum Beispiel gibt es ja auch eine Szene, wo quasi der Witz dann auf ihre Identität dann quasi abgespielt wird. Ist natürlich auch immer sehr interessant, dass man das aus diesem Kontext der 70er Jahre dann betrachten muss und gleichzeitig auch mit einer Sensibilität aus dem Jahre 2022 dann viewen muss, ob das überhaupt noch eigentlich für einen Selbsthumor ist. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, nach dem Film, wie gut haben sich gerade diese Witze, die in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr so gut gealtert sind, in Kontext des Films, in diesen 70er Jahre Kontext angeführt. Genau, da sprichst du einen guten Punkt an, weil den Spagat hatte ich zwischendurch auch mal. Einmal, was so die, ja die Verweise auf das Jüdischsein anging, natürlich da auch wieder im Kontext der Zeit betrachtet. Also die Leute haben halt damals so geredet und auf jüdische Nasen verwiesen. Aber ja zum Beispiel musste ich auch an den ja höchstwahrscheinlich homosexuellen Assistenten von Bradley Coopers Charakter denken, der da halt schon sehr betüdelt und hohohoho durch die Wohnung stapft und auch eben so redet. Da wusste ich halt auch nicht so, ja waren die Leute jetzt damals wirklich so, dass sie das so exzentrisch nach außen getragen haben oder ist es dann doch eher wieder dieses ja dieser homosexuelle Relief Charakter und ja dieses Vorurteil, was da irgendwie stilisiert wird. Also da war ich manchmal auch so in einigen Situationen habe ich auch überlegt, da kam auch diese Sensibilität wieder von heute durch, aber größtenteils hat für mich der Humor tatsächlich dann auch gut funktioniert auf allen Ebenen. Wobei du ja gerade bei den homosexuellen Charakteren, also vermeintlich homosexuellen Charakter ja auch nochmal ein anderes Beispiel hast, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, wo der Film das Thema sehr viel ernster dann wieder angeht. Da ist das ja kein bisschen lustig an der Stelle, da ist es halt sogar eher sehr bitter, kann man schon fast sagen. Das stimmt, ja. Also gleichzeitig, wir haben einmal einen sehr extrovertierten, scheinbar homosexuellen Charakter, der auch so ein bisschen persifliert dargestellt wird und gleichzeitig aber auch so die Schattenseite davon, wie es war in den 70ern homosexuell zu sein und es nicht öffentlich ausleben zu dürfen. Genau, das wird im Film auf jeden Fall auch besprochen. Finde ich gut, dass du das sagst, weil das sollte natürlich auch nicht unterschlagen werden, dass da beide Seiten gezeigt werden. Ja, dann finde ich, haben wir den Film noch gut besprochen und tatsächlich größtenteils ohne den zu spoilern. Das heißt, ihr könnt euch den auch wirklich nur angucken und voll und ganz genießen. Also es ist, ja, bis auf den einen oder einen Part sowieso ein Film, der jetzt ohne großartige Twists um die Ecke kommt, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis für uns alle. Deswegen würde ich sagen, dann kommen wir doch gerne mal zu euren persönlichen Fazits, Kenan. Wie hat dir denn Liquorai-Spitzer insgesamt gefallen und was würdest du dem Film denn als Sternebewertung mit auf den Weg geben? Ich fand den Film sehr, sehr, sehr gut und es war für mich schon eines der ersten Highlights des Jahres, die ich fürs Kinojahr 2022 sehen durfte. Also tolle Bilder, großartige Kameraarbeit von Paul Thomas Anderson und seinem Protégé, auch gleichzeitig grandiose Performances von Alain Haim und Gerard und Cooper Hoffmann, wie wir schon das angesprochen haben. Es deckt sich alles mit den Nebendarstellern, die in den Film reinkommen und es vermittelt halt eine tolle Reise in eine Welt, die ich nie gekannt habe, aber irgendwie doch gerne in diesen zwei Stunden verblieben bin. Ich habe schon auch auf Letterboxd meinen Score offen gelegt und da habe ich 4,5 von 5 Sternen gegeben. Perfekt. Leo, was bekommt der Film denn von dir? Ich habe wirklich, als ich den gesehen habe, habe ich so ein bisschen reflektiert und dachte mir, okay, du hast gestern Spencer gesehen, heute Morgen Tragedy Macbeth und jetzt noch Licorice Pizza. Also da dachte ich mir auch so, ja okay, die restlichen Filme dieses Jahr haben es ein bisschen schwer, weil der hat mich wirklich komplett von den Socken gehauen. Also wirklich toller Sound, und also tolle Kameraarbeit, der fängt, wie gesagt, diese Jugendlichkeit und diese Freiheit so super ein. Wirklich sehr, sehr gute, ja, einfach ein toller Cast und da war für mich relativ schnell klar, dass dieser Film sehr weit oben landen wird in meiner Liste und ich habe mich entschieden, auch diesem Film, ja, 9 von 10 oder 4,5 von 5 zu geben und muss auch sagen, er war für mich so ein bisschen wie Once Upon a Time in Hollywood, nur ein bisschen besser, weil, und ja, das ist wirklich für mich, ja, muss ich echt sagen, war wirklich ein absoluter Volltreffer für mich und ich kann mir auch vorstellen, dass ich, falls ich den, oder wenn ich den häufiger sehen sollte, vielleicht die Bewertung noch ein bisschen nach oben korrigieren werde. Zur Bestwertung hochschrauben. So ist es. Ja, da hast du was Schönes angesprochen zum Thema, die folgenden Filme werden es schwer haben, weil ich habe mir jetzt im Zuge des Gesprächs mit meinem lieben Filmtoast-Kollegen und Freund Simon hier mal die Februarliste fürs Kino angeguckt, weil wir ja auch ins Kino gehen zusammen, wenn es denn mal passt und da haben wir dann sowas wie Moonfall, Jack is Forever, in 80 Tagen um die Welt, Tod auf dem Nil, Uncharted, Rumble, Winnie rockt die Monsterliga, Ambulance und King Richard, den ihr auch schon gesehen habt. Also da kommen wir nach drei großartigen Filmen, die ihr da jetzt gesehen habt, glaube ich auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass das den Rest des Jahres nicht so weitergehen wird. Da haben wir dann doch ein eher anderes Kontrastprogramm. Ja, ich glaube, der neue Roland Emmerich, der ist besser. Bestimmt. Ja Sascha, wie sieht es denn bei dir aus? Was bekommt der Film von dir? Ich habe wenig hinzuzufügen. Also ich finde den Film echt toll. Also besonders, weil ich ja ohne, ich habe mir keinen Trailer angeguckt und nichts durchgelesen vorher. Ich bin da ohne großes Wissen reingegangen. Der hat mich auch komplett abgeholt. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, diesen Film gesehen zu haben. Also weil das eben, weil ich meine, wir haben das schon gut herausgearbeitet. der hat einfach, der vermittelt einem ein schönes Gefühl einfach und zeigt einem, ja, nimmt einen mit in eine andere Zeit, lässt einen dann auch, nachdem die Credits gelaufen sind, auch noch ein bisschen da, finde ich. Und ich bin durchaus der Meinung, dass Liquid Spitzer ein Film ist, den man im Kino sehen sollte. Einfach weil die Optik und das Feeling, das sollte man sich nicht irgendwie von äußeren Einflüssen irgendwie runter degradieren lassen, sage ich jetzt mal ganz, ganz frei. Also man sollte sich da schon irgendwie, man sollte darin eintauchen und das genießen, diese 134 Minuten. Deswegen bin ich bei 4 von 5 Sternen, also nicht ganz 4,5 von 5, aber ich bin mir auch sicher, dass wenn der hier im Kino startet, regulär werde ich mir den wahrscheinlich nochmal ansehen und da glaube ich auch, dass ich dann nochmal upgraden werde. Ja, das geht mir genauso. Also ich glaube, wenn ich den Film nochmal sehe, wird er bestimmt noch ein bisschen wachsen und ich werde nochmal neue Aspekte entdecken, die ich jetzt so beim ersten Kinobesuch noch nicht gesehen habe. Bei mir steht er auch bei 4 von 5. Ihr habt da auch schon sehr viel gesagt, da will ich jetzt gar nicht so viel wiederholen. Da bin ich mit euch einer Meinung. Für mich hat so die Beziehung zwischen den beiden halt, wie eben schon angedeutet, nicht ganz so gut funktioniert. Klar, diese Liebesbeziehung ist für mich trotzdem oder dieses Verlangen ist für mich trotzdem rausgekommen, aber für mich hatte sie teilweise eben doch so eher den Stellenwert einer großen Schwester und vielleicht ist das auch so ein männliches Problem, dass man immer drauf guckt und sagt, was findet sie an ihm und gleichzeitig, wenn man die Rollen tauscht und es wäre ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau, dann würde man auch sagen, was findet sie an ihm. Also vielleicht ist es halt wirklich einfach ein männliches Problem, wenn man auf diese Rolle und diese Beziehung schaut. Hat wie gesagt für mich nicht so ganz funktioniert, aber ansonsten bin ich da vollkommen mit euch einer Meinung, was Inszenierung, was Charaktere und was Schauspiel angeht. Und ja, wie wir schon gesagt haben, geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr den Film sehen könnt, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, taucht in eine wunderschöne Zeit ein und wir hoffen, dass ihr auch mit uns eine wunderschöne Zeit hattet gerade mit knapp einer Stunde Liquid Spitzer und Paul Thomas Anderson. Vielen Dank noch einmal an Sascha, Kienan und Leo, dass ihr da wart heute. Immer gern. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Hat mich sehr gefreut. Wir hoffen, wir hören euch auch des Öfteren nochmal wieder. Ihr seid immer gerne gehört und gesehen bei uns und wenn ihr da draußen noch mehr von uns hören und sehen wollt, dann guckt doch mal bei Spotify, Apple Podcasts und Co. vorbei. Da findet ihr unseren Podcast Filmfrühstück von Filmtoast.de und geht natürlich auch noch auf unsere Webseite. Da findet ihr noch zahlreiche Reviews zu Filmen und Serien sowie ein paar schöne Toplisten und ja, alles, was euch in Sachen Filmen begeistert wird. Und ja, unseren YouTube-Channel natürlich auch nicht vergessen, aber auch ein paar schöne Sachen. Findet ihr alles dann in den Shownotes. Von daher vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank an euch nochmal, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. So, das haben wir da im Kasten. So, das ist zum nächsten Mal